Teşekkür ederim. Guck mal, hier fehlt Weihnachtsmann. Wieso? Wieso bin ich? Hier fehlt Weihnachtsmann, ja? Und warum fehlt hier Weihnachtsmann? Du sagst, es kann doch nicht sein, ja? Überall gibt's Weihnachtsmann, aber hier nicht. Guck mal, ich sag mal so. Es gibt hier Weihnachtsmann. Aber wenn Weihnachtsmann hier steht, das ist wie Amazonas, du machst deine Hand in Wasser, 50 Filanias, komm, hab ganzes Fleisch weg und du ziehst draußen noch Knochen. Und so sieht Weihnachtsmann auch hier aus. Wenn Weihnachtsmann hier steht, eine Stunde, kleine Acht- bis Zehnjährige kommen, 50, 100, 150 Piranhas kommen, kleine Kids, gehen auf Weihnachtsmann, ha, tak tak tak, abgezogen, Sack abgezogen, Mütze, Jacke, Hose, da am Weihnachtsmann steht, ganz zeitlos da und wackelt, sieht aus wie ein nackter Baum. Das war Weihnachten und die Jungs haben Geschenke und sagen, super, ja, gleich Ebay, gleich Internet, Internet, verkaufen, verkaufen. Und das ist Kreuzberg Weihnachten, ja? Also Weihnachtsmann, wenn du herkommst, komm gar nicht her. Komm mal. Gefährlich. Tschüss. Guck mal, wenn dir Video so gefallen hat, dann kannst du Abo machen. Nicht Abo, Abo, ja? Kern von Hamilton Wahns pensar Darkness Forget Forget Freiheit Leider Mental Leider Vielen Dank.